Na alle zusammen, hier ist wieder Heutila und schau euch wieder für euch in Battle for S.W. unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so eine weitere kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu bin ich hier auf Black Machine eingeloggt, denn wir haben im AHA uns einige Sachen aufgetan, die wir uns gern kaufen wollen würden und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein ich habe ja in letzter Zeit schon einiges an Transmog rausgehauen, beziehungsweise in Gold für Transmog rausgehauen und hier habe ich jetzt die Schultern entdeckt für 166k, was viel ist, eigentlich wollte ich so viel nicht ausgeben aber ja, die will ich halt haben, unter anderem brauche ich nämlich noch die aus NHC und Heroic und das müssten jetzt die heroischen Schultern sein, jetzt testen wir das nochmal genau, das zeigt mein Addon nämlich teilweise immer ein bisschen falsch an das sind die heroischen, sogar kriegsgeschmiedet, die brauchen wir noch jetzt gucken wir mal, dass der Counter das richtig anzeigt, da haben wir nichts drin die nehmen wir mit für 166.000 Gold und ich wollte mir noch ein zweites Item kaufen und ich dachte mir, komm, den Gürtel hier für 50k, den könnte ich eigentlich auch gleich noch kaufen das ist ein Item, das anscheinend removed wurde zumindest zeigt mir das all the things und ja, dann dachte ich mir, komm, wenn das ein removedes Item ist, 50k, was soll der Geiz holen wir uns beide dann haben wir jetzt ausgegeben, 117, glatt sogar, okay okay, die beiden Items sind genau zusammen, 117 glatt gut, dann lernen wir sie mal haben wir einmal die Schultern und einmal den Gürtel wunderbar so, die können wir dann auch gleich verkaufen das hauen wir weg und jetzt haben wir achso, habe ich jetzt noch ein bisschen vom Verkauf zurückgegangen also 217.000, das schreibe ich mir gleich mal auf so, dann können wir hier weiter loggen ich habe nämlich auf ein paar anderen Servern auch noch was ausgemacht und zwar loggen wir jetzt hier mal weiter auf wo müssen wir denn hin, auf Ereda, meine ich hatte ich noch was gesehen Ereda und da muss ich jetzt einen Char finden, der Gold hat ich schätze mal, der hat ein bisschen was und wenn wir hier einloggen können wir hier noch auf was ist das für ein Server Strull ist das da habe ich noch ein bisschen Gold über 180k, ich habe da mal noch was geboostet und hier sind die Classic Schultern drin aus dem Scharlachroten Kloster für 100k da dachte ich mir, okay, die sind selten die sind fast nie drin eigentlich wollte ich diese ganzen Sachen kaufen für unter 50k aber die sind halt so gut wie nie drin deswegen muss man zuschlagen, wenn sie drin sind und ja, dann würde ich sagen Classic Schultern hier aus dem Scharlachroten Kloster beim Trash würde das droppen das habe ich ganz sicher keinen Bock zu farmen hat sich jemand 100k verdient, weil er das gefarmt hat und hier ist noch ein Ghoulfinger drin das ist auch ein Item, das anscheinend removed wurde für 45k was soll der Geiz, kaufen wir das auch dann sind wir hier los 145.000 Gold das tragen wir dann auch gleich in meine Liste noch ein so, Schultern haben wir und den Ghoulfinger haben wir auch noch wunderbar so, die beiden Sachen können wir dann gleich wieder verkaufen machen wir es denn zack, weg damit und weg damit dann habe ich jetzt hier nur noch 35k aufs Thrull also langsam kriegen wir das Gold aufgebraucht ich habe hier tatsächlich Chars, weil ich da mal ein kleines Projekt gemacht habe aber ich spiele die Thrull-Chars nicht wirklich also wenn ich da kein Gold habe ist es jetzt nicht sonderlich dramatisch jetzt logge ich hier mal um auf meinen Main-Char dann können wir uns nämlich im All-of-Things angucken was jetzt dann noch fehlt und ich hoffe zwischenzeitlich sind wir eingeloggt ja wunderbar hier auf Ereda mit meinem Horden-Char denn hier war nämlich auch noch ein Teil drin was ich haben wollte jetzt schauen wir erstmal ob der Fisch drin ist nein ist er nicht ok, dann gucken wir mal rein und zwar müssten hier noch die NHC-Schultern drin sein das wird zwar jetzt wieder so angezeigt ob es das Falsche ist Schlachtzugsbrot warte mal, war das jetzt doch das Falsche? ich dachte mir vorhin, dass ich hier die NHC-Schultern gesehen habe nee, das sind die NHC-Schultern NHC hier wird jetzt wieder Schlachtzugsbrowser das, der man muss so aufpassen wenn ich über das Item drüber fahre wird NHC angezeigt hier wird Schlachtzugsbrowser angezeigt und draußen wird jetzt wieder angezeigt, dass ich sie habe da aber, dass ich sie nicht habe das ist, also das ist immer ein bisschen weird wenn es eigentlich das ein und dasselbe Item ist bloß in anderen Schwierigkeitsstufen das checkt irgendwie die Blizzard UI nicht beziehungsweise so older things tut sich da auch ein bisschen schwer aber ich meine das müsste ein Item sein, das ich noch brauche ähm genau, normal das kaufen wir jetzt einfach mal dann werden wir es schon sehen also hier 150k kostet das zack ähm 150 jetzt habe ich blöderweise nicht aufgepasst was ich hier aufs Schwall ausgegeben habe aber auch so ein bisschen über 100k was hat man gesagt? 100 und 45 waren es glaube ich, ne? also müssten es 145 sein 150 ähm hier das lernen wir jetzt einmal nein es ist doch das LFR Item warum warum hat es mir das falsch angezeigt? ja gut jetzt muss ich das wieder verkaufen verdammt okay es war doch das LFR Item jetzt wurde ich hier einmal von dem Item geprankt hier ah ich habe es mir im ich habe es mir im Chat verlinkt und im Chat, wo ich mir das Item verlinkt habe steht NHC dran jetzt ist es doch das LFR Item also ich weiß nicht diese UI die die kriegt mich gut jetzt muss ich es halt versuchen wieder zu verkaufen das war jetzt eine Nullnummer hauen wir es halt einfach hauen wir es halt einfach teurer rein vielleicht kriegen wir es ja teurer verkauft solche Sachen verkaufen sich halt immer auf eine sehr 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 lange Zeit mal gucken versuchen wir es mal wieder loszuwerden schade das wäre jetzt echt gut gewesen wenn es das NHC Item gewesen wäre das war es leider nicht vielleicht ist das das NHC Item hier wird hier zeigt er mir jetzt NHC an und da auch wieder Schlagzugsbrowser ich verstehe es halt nicht ach so das ist mein Item das ich gerade gepostet habe okay never mind gut okay wir haben uns trollen lassen das war wirklich gewastet das Gold nichtsdestotrotz schauen wir jetzt auf Main einmal ähm ob da noch was drin war auf Antonidas hier hätten wir nochmal Schultern drin aber das sind glaube ich die die LFR Teile oder weil da sagt er jetzt 195er Item Level muss auch so ein bisschen nach dem Item Level gucken weil jetzt zeigt er mir hier auch NHC an und wenn ich jetzt hier drüber fahre ähm sagt er mythisch ich glaube der untere ist tatsächlich das Richtige ne weil das ist Schlagzugsbrowser 195 und das hier ist 240 ja okay gut da werden wir uns hier mal nichts kaufen weil das ist alles ziemlich teuer das günstigste ist hier noch das LFR Teil aber das haben wir ja schon was ich ja gerade leidig mitgekriegt habe gut wir haben jetzt ausgegeben zusammengerechnet ähm 512.000 also ein bisschen über eine halbe Million dafür haben wir jetzt das ein oder andere Item mehr und zwar im Classic Bereich fehlen mir jetzt nur noch 3 mir fehlt jetzt einmal aus Scholo noch die Schulter dann ähm fehlt mir einmal eine Schulter aus Ulduar äh Ulduar Uldermann und dann der Vorschlaghammer der leider immer sehr sehr teuer im Auktionshaus ist die anderen Schultern hm auch eher selten gut das sind noch 3 Classic Items jetzt die ich im Aha kaufen kann dann hier war es ja noch in Antorus müssten es jetzt noch genau nur noch die NHC Sachen sein also ich brauche jetzt die NHC Schultern und die NHC Hose im Lederbereich noch und was haben wir dann noch dann ist es in äh in Nialota da ist es ja immer noch die Schildhand und sonst sind es glaube ich jetzt noch die Fische die ich brauche ne Berufe Angeln und da haben wir dann noch einen Fisch also den Staubbringer haben wir und hier diesen Steinhaut irgendwas Fisch Steinhaut Starkfisch so rum heißt der der ist leider nicht äh findet man nicht unter Transmog sondern muss man immer so eingeben das ist immer ein bisschen blöd äh das weil man das eigentlich nicht im Transmog ähm Ordner sammeln kann gut so ich muss jetzt versuchen dass ich die fälschlich gekauften Schultern wieder raushau das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen an der Stelle aber naja manchmal macht man auch Fehlkäufe kriegen wir schon irgendwann wieder verkauft und ja damit sind wir fertig mit dem kleinen Video wenn irgendwas von den Items die ich euch jetzt gerade gezeigt habe bei euch günstig im AHA ist gebt mir Bescheid ich will meine Sammlung komplett kriegen und ja dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder euer Tjela bis dann äh ciao tjela tjela tjela